Willkommen zu einer neuen Runde ARK Survival Evolved von Studio Wildcard DLC Extinction Das ist unser neuer Thorsten, unser neues Pad. Den haben wir uns geleistet. Ich sehe gerade, ich verliere schon wieder Essen. Was meint das? Nur Blätter, jawohl. Wir brauchen auf jeden Fall Wir brauchen auf jeden Fall wesentlich mehr Zehn Pfeile. Pfeile an sich, Hammer Inventar. Ja, wir haben Mechuparris. Was? Sechs verfügbare Level. Wie das? Was haben wir gemacht letzte Runde? Ach, ich habe ja diesen, ja wir hatten ja das noch drauf. Diesen Buff. Den Entdeckerbuff. Ich dachte jetzt nicht, dass der noch weitergeht. Das ist ja ein Singleplayer Server, aber ist doch weitergegangen. Dann haben wir hier 270, 280. Leben brauchen wir auch. Nahrung sehe ich jetzt mal. Wieso geht das schon wieder runter? Ja gut, das geht wahrscheinlich die ganze Zeit runter. Was brauchen wir denn noch dringend? Handwerkliches Geschick sehe ich nicht so. Das kann ruhig länger dauern, bis das fertig gecraftet ist. Bewegungsgeschwindigkeit wäre nicht schlecht. Resistenzen wäre natürlich für draußen richtig geil. Wieso bin ich schon wieder komplett voll? Ach, wir waren draußen, wir haben nicht weiter gebaut. Ja, dann brauchen wir höchstwahrscheinlich mehr Gewicht und Gesundheit. Und dann gucke ich jetzt mal andersrum, von unten nach oben. Was wir hier bauen können. Toilette brauchen wir natürlich nicht. Schwert später. Was war, geht hier hin? Ach, das ist nur ein Busch. Sperrbolzen, Basiliske. Alter, sind wir schon wieder weit unten. Die fällt mir ja auch nicht. Wasserglas ist schon mal nicht schlecht. Zement, Leder, Kristall. Das dürften wir hinkriegen. Da können wir auf jeden Fall weiter als mit dem Schlauch. Ähm, Fensterrahmen. Wollen wir einen Stein bauen? Ach, Mann, ey. Verstärkte Tür. Ja, 11 Punkte braucht das Ding annehmen. Armbrust! Na klar, Pike, na klar. Ganz tolle Wichtig. Oh Mann, ey. Ich kack' knapp. Fundament aus Stein. Steintür. Verstärkte Holztür. Pelz weiß ich nicht. Eigentlich noch nicht, oder? Aber jetzt haben wir schon wieder noch 62 Engrams. Ehre, wir können in Stein bauen. Ähm, dann sollte ich aber Steine ranholen. Wie sieht's denn hier mit dem Feuer aus? Haben wir alles durchgebraten mittlerweile? Ne, haben wir nicht. Gib mal Holzkohle her. Gib mal das her. Die Holzkohle packen wir mal bitte. Ne, tatsch doch mal dran. Genau, da rein. Da haben wir schon mal ein bisschen was drin. Ne, ne? Ne, da haben wir auch nicht hier noch. Ne, ne, ne. Wie bauen wir denn hier überhaupt? Ähm, was hältst du denn von... Ja, eins nach vorne dran war, damit wir hier in der Mitte ein bisschen Platz haben. Wenn ich jetzt hier Schmiede und so weiter... Ja, wenn ich jetzt hier Schmiede dran bastle, das wird nix. Schränke wollte ich sowieso noch mehr bauen. Da haben wir auch noch 3 auf Lager. Die bauen wir am besten raus. Haben wir Steine hier drin, ne? Stone sieht nicht so aus. Haben wir Stone einstecken? Sieht überhaupt nicht so aus. Habe ich hier überhaupt irgendwas drin? Ja, Haufen Müll. Wie sieht's denn damit? Mach doch mal. Gibt's hier keine Infos mehr? Jetzt. Hält das? Ja, das hält, ne? Metall brauchen wir auch. Wir brauchen ja auch bald mal eine Schmiede. Also V. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal auch Stein. Die Stone Foundations. Da kriegen wir Holz auf jeden Fall wieder. Wir bauen erstmal die erste Reihe. Dann müssen wir uns eine Armbrust bauen. Die Pfeile rum. Für die Armbrust brauchen wir aber wieder Metall. Und hatte ich bei dir irgendwas besonderes drin? Ne, ne? Du kriegst erstmal Leben, sonst fällst du mir um. Dir habe ich Futter gegeben. Du kannst auch die bekommen. Futter darf man irgendwann mal reichlich rein kriegen. Das heißt aber auch, ich sollte das Holz zur Seite legen. Wenn man das ja nur noch bedingt... Warte mal, ich habe doch einen Stein sicher hier reingepackt, oder? Ich habe doch den nicht umsonst, den zweiten. Jawohl. Und dann haben wir hier drinnen... Mach zu wenig Stein. Ähm... Hier packen wir mal das rein. Die brauchen wir am besten auch auf der Acht. Was habe ich denn hier noch? Eine Holzwand. Jawohl. Die können wir gleich raussetzen und kaputt machen, wenn wir sie dann eh nicht mehr brauchen. Wollen wir sie jetzt mit aus Stein bauen. Aber wir packen sie erstmal raus. Raus ist raus. Herstellung... Wieso bleibt das nicht auf Stein? Ach, dann muss ich wieder auf Ordner, Strukturen... Dann bleibt da hoffentlich drauf. Stein und dann den Stein raus. Jetzt... Genau... Hier wollte ich das Fleisch wieder mit reinpacken. Tee... Ach komm, lass drin. Da... Das Holz... Können wir doch vorsichtshalber... Hier... Da können wir jetzt raus. Ach komm, pack den Stein auch mit rein. Und... Wir sagen mal... So... Was kannst du mit der linken? Kannst du... Habst du mit der rechten? Machst du irgendeinen Scan? Kannst du... Mit C... Ist die Hub oder what? Zeig ich von vorne... Ne... Keine Ahnung, was das ist. Ich will jetzt auf jeden Fall Stein und Holz. Ja, die Lampen lasse ich alles erstmal dran. Da bin ich mir nicht so sicher. Ähm... Ja, Metall brauchen wir auch. Ich brauche unbedingt die... Die Forge... Jawohl. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Achso... Holz und... Stroh. Jetzt haben wir hier wieder kein Baum, ne? Weil wir gerade alles erst rausgeholt haben. Torsten, komm mal mit. Ich will hier nicht alleine rumlaufen. Der dürfte uns nichts tun. Ach mein... Ich will doch unbedingt bauen. Nimm mal die drei. Stroh kriegen wir ja auch so raus. Kannst du die... Zwei... Alter, kürz nicht so ab Junge. Ich erschrecke mich hier zu Tode. Da wird ziemlich Zeit, wenn wir die Metallhacke haben. Wir müssen auch Metallfelsen finden. Das geht so hier nicht weiter. Verstehst du? So... Jetzt so machst du mal richtig Stein rein. Holz haben wir ein bisschen im Lager. Das ist... Aber Feuerstein, was du klopst Junge... Das... Ist das heute schon. Du sollst auch nicht aufsitzen. Du sollst dem... Den Feuerstein rüber geben. Und wieso haben wir schon wieder Fasern? Habe ich die vergessen rauszulegen? Wieso haben wir hier immer noch Fleisch? Ist irgendwas genasht? Irgendwas genascht? Ich versteh's nicht. Ich muss mal was trinken... Jetzt haben wir einen Stein. Jawohl. Da kriegen wir natürlich wieder kein Metall raus. So, der Himmel. Hat man hier nicht noch einen großen Stein irgendwo stehen? Klar hat man... Hä? Was gäbe? Ach, das ist die Lampe. Mannu. Mann, 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 Mannu. Da ist noch ein Stein. Da ist kein Stein. Aber wir können hier... Wir können hier sammeln. Steine. Oh, Alter. Ach, schreck mich doch nicht so. Mann, ey. Schwachgott. Sag mal, ich hab doch hier aber halt eingestellt. Was ist denn hier los? Was ist das für ein blauer Felsen? Musso, war eh so. So, dann komm mal her. Klopfen wir ein bisschen drauf rum. Nein, wir müssen auch gleich wieder zurück. Wir haben schon wieder kein Wasser mehr. Ich hab mir auch noch kein Glas gebaut. Oh. Stück für Stück. Wenn wir noch ein bisschen weiterkommen, dann kann ich... Was denn jetzt? Stroh und Holz. Schon wieder? Ich dachte, ich hab genug mitgenommen. Dann kann ich auch wieder vorfahren gehen. Aber im Moment ist halt nicht, ne? Holz. Jawohl. Drei. Hab ich's heute schön in den reingelegt, oder was? In den Power? Ja, nehmen wir gleich Holz mit. Ja, genau. Auf den Power drauf. Mep, 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 mep. So, da haben wir das schon mal raus. Wie sieht der Power aus vom Gewicht? 600 Nr. Der hat noch gar nichts drin. Ich dachte... Ich hab doch fünf. Andere Menge? Ne, hab ich dreifach eingesteckt. Wie kommen da zwei Steine beim Looten raus? Krass. Also da können wir ruhig noch ein bisschen höher gehen. Ansonsten hacken wir uns ja hier dumm und dämlich. Wir wollen ja irgendwann auch mal was sehen, erleben und nicht hier permanent hacken. Das wäre ja dann wirklich Quatsch. Ich will auf jeden Fall drei Fundamente vorne drauf bauen, bevor wir dann anfangen mit der Smithy, beziehungsweise Werkbank und mit dem Ofen. Und da brauchen wir schon ein paar Steine. Auf jeden Fall. Ja, nimm mal weg vom Bildschirm und so. Was hat denn da so Zacken? Ne, das ist nur das Gelände. Fein. Nicht, dass hier irgendwas Gefährliches ankommt. Wenn wir die ersten Metallen haben, können wir uns dann auch die Rüstung bauen, beziehungsweise auch schön Speer bauen und so. Ähm, komm mal hier. Bei dir ist dort das wesentlich besser auf Juhu Mona. 273. Krass. So eine Vorbrunnen haben wir bis jetzt noch gar nicht hingelegt, ne? Bin mal wieder weg. Ich hätte trotzdem mal gerne in Metallfelsen, ähm, Metallfelsen. Damit ich wenigstens noch mal einen hätte. Weißt du? Zum Wegmetern. Gut, ich könnte mich auch mal oben drauf sitzen und das machen, wozu, äh, der Power da ist. Drauf reiten. Äh, äh, äh. Und bei dem bisschen, was wir bis jetzt gehackt haben, könnte ich sicherlich noch auf dem reiten, ne? Ja, das sollten wir dann auch gleich mal machen. Ach, ich hab ja... Jawohl. F. Könne ich jetzt? Jawohl, danke. Ach, komm. Truff. Und... Da hinten ist ein Schweinchen. Oh, cool. Ein Dreieck. Das müssen wir uns auf jeden Fall merken. Was weißt du für... Oh, das sieht auch noch geil aus. Was weißt du für Level... Zwölf. Hm, schade. Wir kommen gleich wieder. Gewicht. Und dann müssen wir gucken, dass wir das Dreieck irgendwie gelevet kriegen. Und dann brauchen wir erst mal wieder... Was, jetzt willst du nicht mehr? Ach man, nur. Komm, nur. Okay, dann steige ich ab und nehme hier noch ein bisschen Holz mit. Du bist ja eigentlich noch auf voll gillen. So rauswärts haben wir dann das Dreieck. Dann können wir gemä... Gemächlich. Auch Bären fahren. Das ist schon mal richtig geil. Auch viel besser Holz und Stroh fahren. Noch geiler. Thorsten? Jawohl. Ähm. Hier oben wollte ich doch auch das Holz immer wieder wegmachen. Wäre äußerst sinnvoll. Ach, das ist der Dungbiedel da unten immer. Äh, klar. Ja, ich hole mal hier auch noch. Und erst mal trinken. Äh, neun. Damit haben wir das. Mit der Null mal was verspeisen. Gib mal noch weiter was her. Wir haben hier noch Fleisch da. Ist das eigentlich noch so, dass sich das abnutzt, das Fleisch? Also, dass es nicht besser wird, je mehr du isst, sondern dass du verschiedene Sachen essen musst. Auch mal ein paar Bärchen nebenbei. Thorsten? Thorsten? Klemm dich doch mal bitte nicht so fest. Sei doch mal nicht so stur. Hier oben geht's hoch. Ich hätte hier vorne bauen sollen. Eindeutig. Sag mal, muss ich dir noch eine Rampe da hinbauen, oder was? Alter, du bist ja echt stur. Du bist ja noch stur als ich. Als wie ich, genau. Außerdem ist es hier dunkel. Das fetzt nicht. Et mal ganz vorne bauen. Nein, ich will ja schon ein bisschen Sicherheit haben, dass wir da mal eventuell zumachen können. So, wir brauchen Holz. Wir brauchen Steine. Wir brauchen Fetsch. Damit können wir eine bauen. Eine zweite bauen. Und was brauchen wir für die dritte? Zeige ich schon mal hierher. Bau mal bitte genauer. Das siehst du denn immer nicht, ne? Wieso zeigst du das jetzt nicht an? Muss ich jetzt drüber gehen. Stein und Stroh und Holz. Stein. Ach, komm. Das haben wir noch da. Warte mal, warte, nein, nein. Komm mal nicht zu nah. Stroh und... Wie war das Stroh und Holz? Möp, 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 Möp. Du hast... Doch, du solltest ja für später hier rein. Du solltest... Die hier noch kriegen. Keine Ahnung, warum ich die nicht reingepackt habe. Ach ne, kann ja wieder nicht, weil das hier drin ist. noch vorher entzünden date raus geht da rein was sagst gefällt ja war schön schnee genau damit haben wir hier von drei die sieben dahin die dahin die dahin dann können wir die holzwand abreißen und bauen hier eine steinwand hin das machen wir aber mit v genau so 1 da brauchen wir schon wieder stein doch schon heißt da noch stein drin das kann nicht sein dass das so schnell weg geht hier ich krieg ne macke hast du schon das ich bin ja auch gerade ein bisschen überfracht mit dem ganzen zeugs wichtige sachen müsste ich irgendwie vorne noch mit hinpacken also ein kladderer dat hier hinten rein wie samen und sowas ja aber die ganzen wichtigen sachen ich übersehe das alles hier bauen wir das dahin noch eine 6 damit haben wir dann bauen wir eine tür dann genau und nur türrahmen in der reihenfolge und haben dann hier eine wand haben hier eine wand hätten denn hier eine tür die ich nie zumachen 6i also ein türrahmen hätten hier eine tür die ich nie zumachen aber gleich von so um auf ich immer so rein hopse dann machen wir bitte die holzwand kaputt da haben wir schon mal holz da kann man den aufheben abreißen inventar öffnen nein kann man nicht das heißt wir müssen eine räucherkammer bauen holz nee das sind ja strukt halt holz lager das sind strukturen die räucherkammer ist so nicht drin nein so rum räucher ähm ich weiß nee mit strich drüber jener räucherkammer dazu brauchen wir zehn steine mehr haben wir schon wieder gar keine steine mehr hier ist doch zum zum brücken so dann hol mal hier bitte raus nein jawoll bau mal so eine räucherkammer wir bauen hier unten natürlich noch eine reihe weiter ne es ist ja jetzt nur dass ich die räucherkammer versetze ohne dass was passiert jetzt alles rausholen kann dann keine bauen dann ärgere ich mich so damit haben wir die können hier den ganzen kletterer deutsch rausholen packen hier den ganzen kletterer deutsch rein genau und können die hier in nein abreißen so dann mal ein bisschen stein wieder da jetzt brauchen wir hier vorne wieder wende zum rausgucken und foundations v machen wir wieder dort rein machen wir wieder strukturen haben wir noch ne stein hier genau halt nein die will ich nicht ich will raus gucken können äh gesundheit gesundheit das kann auch mal nicht schaden 110 hebe ich mir auf eine 6 und die kommt hier hin ähm puh wau was war denn an kühl der war doch 30 haben wir das nicht schon an kühlo sattel 36 und wir sind 34 alles klar wir bauen hier noch ein bisschen weiter holen uns das strike dann den an kühl oder andersrum reichen die 20 pfeile ärgerlich das strike kriegen wir auf jeden fall und mit dem können wir pfeile holen jawohl so das heißt wir müssen jetzt noch ein paar bärchen farmen aber vorher hätte ich gern hier noch die straße fertig alles klar wir bauen erst die straße fertig also hier vor steilen dass wir dann anfangen können mit ähm naja mit verteilen ähm metall verarbeiten und so ne weißt du was ich meine sieht doch aber schon mal neggisch aus wir haben schon wieder ein bisschen was geschafft stein vor der front das wird alles noch stück für stück ich mach das halt langsam bedächtig ne hast du schon gemerkt hier gibt's kein hauruck mehr gefällt mir selber besser wie es dir gefällt musst du drunter schreiben schauen wir mal aber ich bedanke mich fürs reinschauen vorbeischauen zuschauen dankeschön wenn es euch gefallen hat sehen wir uns eventuell in der nächsten runde wieder zu ARK Survival Evolved von Studio Wildcard DLC Extinction bis dahin auf Wiedersehen und Shesikovski